Vielleicht einmal zum Mulch, wo wir gerade hier stehen, bei den Zucchini. Das ist jetzt Rasenschnitt oder? Ja, das ist Rasenschnitt. Der fällt bei uns eben an. Den haben wir einfach im Betrieb in Mengen zur Verfügung. Ich weiß es gibt, es gäbe bessere Materialien, aber die sind ein bisschen aufwendiger zum kriegen, sage ich mal. Man muss ihn sehr gezielt einsetzen. Ich habe nicht nur gute Erfahrungen damit gemacht, aber bei Sachen, die extrem lang stehen und sowas wie Zucchini, was auch groß wird, die Pflanzen selber, hilft mir es extrem. Einfach dazwischen durch Umkraut gehen, das geht nur mehr händisch und das ist überhaupt nicht lustig und deswegen schaue ich, dass ich das direkt nach dem Pflanzen möglichst dick abmulche. Dann gehen wir noch ein, zwei Mal durch und siegen mit der Hand das Größere raus. Genau, das bleibt nicht aus, aber es ist schon, die Feuchtigkeit bleibt da, die Pflanzen entwickeln sich besser, die Früchte liegen schön sauber auch, werden nicht so voller Erden. Das hat schon viele Vorteile dann. Kommen die Hühner in den Garten oder waren das Vögel? Das waren Vögel, dass die kommen und hier rumscharren. Krass. Amseln habe ich relativ fleißig und Krähen auch. Ich meine, manchmal die Krähen becken gerne die Erdbeeren an. Das macht man manchmal, bei der Kopf zu brechen. Aber sonst sind die Vögel ja ein Vorteil im Garten, denn die meisten sind Insektenfresser. Die ganzen Maisen und wie sie alle heißen, Gartenrott Schwellen sind Rotkehlchen. Also normalerweise freue ich mich, wenn die Vögel da sind und denke mir, juhu, wieder ein paar Läusern, ein paar Raupen weniger. Manchmal schauen sie einen Much auf, manchmal becken sie einen Erdbeeren an. Das musst du dir dann verzeihen, sage ich mal. Das ist geben und nehmen im Garten. Genau. Die Blumen sind gezielt hier noch mit dazu gepflanzt? Nicht ganz gezielt. Man sagt, da geht es zwar nach, dass sie Wühlmäuse vertreiben sollen und von der hätte ich genug. Aber das war nicht ganz gezielt. Das ist ganz simpel. Sie haben im Blumenstreifen keinen Platz mehr gehabt. Das war voll bepflanzt, ein bisschen falsch berechnet. Und dann habe ich gedacht, ja, gleich nebenan, wenn man schon ernten will, dann sind sie gleich in der Nähe da, mit einem rechtlichen Blumenstreifen. Und es wird jetzt eine leichte Lichtkonkurrenz entstehen. Aber die Zucchini werden die durchsetzen. Da mache ich mir keine Sorgen. Also die werden nicht so schnell überwuchert von einer Blume. Die Süßkartoffel ist ein Versuch? Die Süßkartoffel, ja, versuche ich zum ersten Mal heuer im Freiland. Im Dundel haben wir es schon erfolgreich seit zwei Jahren. Da ist auch einfach aus einem Pflanzenüberschuss. Da habe ich gedacht, das ist ein relativ breites Hügelbeet, weil das einmal ein ehemaliges, da ist viel Nährstoff da, da ist noch Platz. Da lasse ich es jetzt wuchern, die Süßkartoffeln. Ich habe angelegt im Foliendundel am Raum da einen ganzen Streifen. Und da, wo Frühkartoffeln jetzt rausgekommen sind, versuche ich einen ganz späten Satz. Ich habe immer noch Süßkartoffelpflanzerl und die kommen jetzt Anfang Juli erst aufs Beet raus. Schauen wir mal, ob es wird. Die Fläche ist frei. Und ja, Süßkartoffeln sind voll beliebt. Also am Markt habe ich einen stolzen Preis verlangt. Und die Leute haben gar nichts gesagt. Also waren sehr froh, dass es österreichische Süßkartoffeln gibt. Und ich es selber voll gern. Leider die Wühlmäuse auch. Also da muss man sich was einfallen lassen und die ein bisschen in Schach halten. Ich versuche es einfach mit Menge. Versuche einfach gerade statt 20 200 Süßkartoffeln zu setzen und dann schauen, ob vielleicht 70, 80 Kilo rauskommen für mich. Schauen wir mal. Das hier ist jetzt kein Standard Market Gardenbeet, sondern breiter? Genau, das war der ursprüngliche Rand, wo ich es angelegt habe. Das Blumenbeet ist nachher erst dazu. Das war eigentlich gedacht als Weg für meinen Einragschlepper und so, dass ich einfach einen breiten Weg habe. Ist jetzt auch ein paar Fläche geworden. Das war ein Hügelbeet, wirklich mit ganz viel Strauchschnitt, ganze Äste und alles Mögliche. Und am Ende dann halt noch Kompostmaterial. Ist jetzt allerdings dreieinhalb Jahre her. Ist gut niedergegangen. Und es ist ein bisschen so breit. Ich habe mir jetzt noch die Arbeit gemacht. Das ist am Pass. Ich habe da bis jetzt immer nur grabe Kulturen stehen gehabt. Also entweder wirklich große Kohl, Krautpflanzen oder Zucchini oder Kürbis. Und ja, jetzt langsam wird es noch ein Feingemüsebeet. Dann muss ich es noch einmal mechanisch grob bearbeiten. Hast du hier ein Mischkulturbeet gemacht? Also eine Hälfte Wurzelpetersilie oder was ist das? Das ist Schnittpetersilie. Das waren vier Reihenkarotten und eine Randreihe Petersilie. Die Reihe direkt neben der Petersilie war die erste Reihe, die weggekommen ist. Einfach damit sich die Petersilie wieder entwickeln kann. Das ist wahrscheinlich recht eng. Die ist jetzt einmal geschnitten worden. Jetzt kann sie sich gerade den zweiten Austrieb quasi entwickeln. Und nebenan stehen ist noch drei Reihenkarotten. Die erste, dritte ist glaube ich bis zur Hälfte weg. So ein bisschen Mischkultur. Genau. Einfach eine Reihe Petersilie dazu. Hat den Hauptgrund, dass es den gleichen Säzeitpunkt gehabt hat. Die gleiche Beetvorbereitung braucht und mit der Sämaschine auch die gleiche Einstellung mit der Sämaschine zu verwenden war. War relativ effektiv. In weiterer Folge ist es schon so, dass die Petersilie bleibt stehen bis September. Die Karotten kommen raus. Aber ich tue da nebenbei. Ich tue mir leicht, wenn ich da jetzt einen Salat nachsetze oder ein Radieschen, also bleibt genug Platz frei. Das stört mich nachher nicht. Du hast die Petersilie auch direkt gesät? Die ist direkt gesät, ja. Aha, ok. Spannend. Hat gut funktioniert? Es sind ein paar Lücken, wie man sieht. Aber es entwickelt sich, das ist unsere Erfahrung, einfach so viel schöner. Ich habe unten einen gepflanzten Petersilien-Satz. Der ist natürlich viel jünger. Der ist jetzt vor, ich denke, zehn Tagen ist das gepflanzt worden. Aber wir haben da mit dem, vor allem mit dem Nachaustrieb, das dauert immer ein bisschen länger. Sie ist nicht so schön verwurzelt. Haben wir ein bisschen mehr Schwierigkeiten als mit der Direkseite. Hast du sanfen-freien Kompost? Den, was ich kaufe, ja. Ich kaufe auch den größten Teil dazu, weil ich die Mengen selber nicht schaffe. Ich habe da eine kleine Kompostierungsgeschichte da drüben. Aber das ist nicht in dem Stil. Es funktioniert in einem Grad, wie soll ich sagen, ich schaffe die Mengen einfach nicht. Das ist das Hauptteil. Und die Qualität ist schon anders. Also beim Kompostwerk, der Typ, der sich darauf konzentriert und hauptsächlich das macht, professionell, das ist samenfrei. Der ist durch die Hitze auch relativ krankheitsfrei und steril. Und ich merke, es ist schon ein anderes Arbeiten. Also mit Kompost und Kompostprofi ist das Leben viel leichter als mit einem eigenen, wo halt wirklich viel Unkrautsamen aufgeht. Die schafft die Heißrotter nicht perfekt. Es dauert auch zu lang. Das liegt jetzt schon neun Monate. Das schaffen andere drei Monate, sage ich mal. Bei der Fläche, ja, ist es schwer möglich, das alles selber zu machen. Ohne Maschinenpack. Also wenn es jetzt ein Kompostwender haust und Frontlader und so Geschichten geht es vielleicht noch eher. Ist das ein Knoblauch dazwischen? Ja, das ist das missratene Knoblauchbeett, wo ich eben die Lücken dann mit Fenkel aufgefüllt habe. Ja, ein bisschen eine frustige Geschichte, aber gehört dazu. Habe ich abgedeckt mit Kulturschutznetz Anfang Februar relativ früh, für mein Weggefühl. Hat aber nichts geholfen. Entweder war es zu ungenau, hat er noch Lücken gefunden, wo sie reingekommen sind. Ja, nächstes Jahr besser machen. Wie erntet er den Mangold? Mangold anzelt tatsächlich mit Messer. Ich schneide die einzelnen großen Blätter und mache bunt. Hat sich auch bewährt. Ich weiß, mache ich schneide die ganze Pflanze. Da hast du das Beet halt wieder frei und kannst es neu bepflanzen. Aber die Leute haben es relativ gern. Fertige, bündelte Ware, sage ich mal. Das wird die Konservationsgröße aus, die ungefähr passt. Weil das ist auch nicht so leicht zum Abschätzen. Am Mangold geht ja beim Kochen, fällt das Jahr zusammen und so. Ja. Also genau, wir machen wirklich, also ich gehe mit Messer durch. Messer, zack, zack, zack. Ich schneide die einzelnen Messer. Da habe ich Kiste, die einzelnen Blätter. Die Kiste sind immer stehen. Die kommen in die Kiste. Wenn die Kiste voll ist, kommt es zum Waschplatz. Wird gewaschen und gebündelt und dann in einen Kübel mit Wasser quasi eingefrischt. Ja. Hast du brechen mal probiert? Brechen mache ich zwischendurch, aber gefällt mir nicht so, weil dann habe ich immer den unten ausgefranst. Da ist es gar nicht so arg. Es franzst ein bisschen aus. Ah, nein, nicht so, sondern... Aha. Ja, gut. Das magst du nicht. Genau, man könnte es nachschneiden. Man könnte, wenn man den Punkt fertig hat, mit dem Messer einmal nachschneiden. Ja. Aber es ist natürlich schneller. Wärme schneller wahrscheinlich, ja. Das weiß ich nicht. Vor allem machen dir die, gammeln die irgendwann oder ist das kein Thema? Das ist ein Thema. Nicht wegen einem Gammel, sondern es ist, irgendwann stehen so viele herum, dass du nicht mehr tief mit dem Messer genug hinkommst. Weil du immer höher kommst. Genau, weil die sind im Weg, die halten. Ja. Kommt immer weiter runter wie so. Und dann mache ich immer die Mühe und schneide die Arme alle weg, ja. Meistens. Also dann gehst du unten hier einmal lang und machst ja. Ja, das ist der Vorteil, wenn du runter drückst und rüber ziehst, dann geht es eigentlich immer ganz unten. Ist eigentlich schon eine Überlegung wert, ja. Dann fällt das weg. Jetzt habe ich die hinterfragt, siehst du, Sachen. Also probier es mal. Vielleicht taugt es dir mehr, vielleicht auch nicht. Ich fand es immer relativ angenehm, weil ich, dann hast du nicht noch ein Messer in der Hand und einfach so. Wichtig ist halt runter drücken und rüber ziehen. Weil sonst nicht nach oben, genau. Und dann brechen die relativ sauber immer an der gleichen Stelle. Na cool, ja. Guter Hinweis. Muss ich probieren. Wo ich gerade hier die Bewässerung sehe? Wie machst du das? Ganz simpel. Im Freigemüse habe ich einen Vierecksregner, wie man den in jedem Baumarkt kriegt. Das ist eine günstige Alternative. Man kann eine große Fläche auf einmal bewässern. Also den da? Oder noch einen anderen? Es gibt verschiedenste Modelle, die machen jede so eine kleine Änderung. Aber im Prinzip, im Grunde genommen, ja, ganz eine simple Gardener-Bewässerungsgeschichte. Mir kommt vor, umso billiger und umso einfacher, umso langlebiger. Also jeder, der sieben Extraeinstellungen hat, wird sicher hin. Und umso weniger Hebel, umso besser. Genau das ist jetzt schon die große Geschichte. Im Tunnel habe ich Tröpfchenbewässerung sonst. Teilweise bei langstehenden Kulturen wie Kohl mache ich es im Freiland auch mit Tröpfchen. Aber wenn ich jetzt gezielt nur ein Beet bewässern will, weil da frisch gesät oder gepflanzt worden ist, muss ich das händisch machen. Dann gebe ich mit der Gießbrause und mit dem Schlauch durch und bewässere das andere Beet halt eben händisch, weil ich da noch keine Automatisierung habe. Ich habe keinen Beregner, der so punktuell genau beregnen kann. Also mache ich wirklich alles mit dem Vierhecksregner hier draußen. Und da musst du dann auf die Länge? Wie lange sind deine Beete? Ich habe da 25 Meter. Auf der Seite eben halbiert. Teilweise nur ein halbes Beet. Das ist auch für die Salzplanung. Ich habe nicht immer einen ganzen Salz, ein ganzes Beet. Das ist manchmal nur ein Drittel des Beet, manchmal ein halbes Beet. Teilweise ist ein ganzes Beet, je nachdem wie ich es brauche. Eigentlich für meine Dimension sind es fast ein bisschen lang, die Beete. Könnte man durchaus mit 10 oder 15 Meter Beeten arbeiten. Ist auf der Fläche dann allerdings wieder ein bisschen ungünstig. Dann müsste ich auch extra Blöcke haben. Also mir gefällt es mit dem 25 Meter recht gut. Ist super durchrunderteilbar. Das heißt, meine Vliesrollen, meine Mypexrollen, geht sich ja alles gut aus. Von dem her endet die Bettfläche glaube ich jetzt. Auf die schnell einmal nicht mehr. Bin recht zufrieden. Man kann es eben halbieren und dritteln. Ist kein Problem. Der Salzatz wäre zu groß. Jetzt bei mir 25 Meter. Ich mache halt nur 12,5 Meter. Geht genauso. Und da brauchst du dann wie viele von denen? Von die Regner. Um jetzt, wenn du jetzt hier den Block beregnen wollen würdest? Ich habe einen aktiven Beregner hier unten stehen und stelle den um. Da habe ich drei Positionen. Auf drei Positionen habe ich den Block hier unten beregnet. Drei Positionen. Also wenn du den hier in die Mitte stellst, kriegt er die komplette Länge von 25 Meter? Nein. Er steht einmal in dem Bereich. Jetzt steht es nur für die Erdbeeren. Jetzt steht es rein für die Erdbeeren. Sonst kriegen das ganze Jahr kein Wasser. Das rechne ich nicht mit, sage ich mal. Es gibt einmal den hinteren Bereich, dann gibt es den vorderen Bereich und dann gibt es den vorm Gewächshausbereich. Auf die drei Positionen schaffe ich es, sage ich mal so 85 bis 90 Prozent der Fläche zu beregnen. Ein paar Ränder bleiben dann teilweise frei. Da gehe ich mit der Hand nachgießen. Wenn es wirklich wichtig ist. Aber drei Positionen komme ich mit der Fläche, die ist, was wird das sein? 25 mal 30 mal 40, eben sowas. Ja, drei Positionen. Gibt es allerdings verschiedenste Modelle, die haben verschiedenste Reichweiten und es kommt sehr vom Wasserdruck drauf an natürlich. Also wenn du jetzt weniger Druck hast, dann schafft er natürlich eine kleinere Menge nur zum beregnen. Ich habe gerade einen sehr hohen Druck, den ich selber mit meinen Pumpen eben erzeugen kann. Ganz wichtig auch, wir haben eine Regenwasserrückgewinnung, also Sammelzisterne quasi, wo wir vom Nebengebäude das Wasser einleiten und vom Hauptgebäude gibt es eine zweite Zisterne, wo unser Wohnhaus Regenwasser, Dachwasser gesammelt wird und auch die Wachstation. Also das war mir ein langer Ton im Auge, dass ich Trinkwasserverbrauch zum Gemüse waschen und das nicht wiederverwerten kann selber. Das ist einfach in Abfluss kommen und das war ein wichtiger Punkt, das haben wir jetzt geschafft, dass das in die Zisterne zurückkommt. Jetzt kann man einfach so laut waschen ohne Ende und Wasser rinnen lassen, weil ich weiß, das ist Gießwasser, das ist eh immer knapp, sag ich mal, und das ist eine gute Rückgewinnungsgeschichte. Dann ist allerdings das Thema mit der Filterung wieder wichtig. Wenn ich jetzt Zisternen habe und Gemüse wasche, dann sind da Sedimente und Erden und Blattreste, Stücke dabei, die alles Mögliche verstopfen können. Regner, Tröpfchen, Schläuche, das ist alles empfindlich. Deswegen braucht man ein gutes Siebsystem. Wenn man die Pumpe hat, dann tut man ein bisschen vorfiltern, aber da liegt, gerade hinten am Boden, ein ganz simples Zwischenstück, das das Leben gleich erleichtert. Links und rechts hat der Schlauch angeschlossen. Ganz simpel zum Bedienen. Innen drin ist ein feiner Filter. Der schaut so aus. Wirklich extrem feines Metallgitter ist das. Sieht man eh, sammeln sich ganz feine Sedimentreste. Genau das verstopft man sonst den Regner oder meine Tröpfchen, meine Löcher im Tropfschlauch. Und den Filter, der es schnell ausbaut, den kann man ausspülen. Einmal die Wochen oder wie oft es anfällt. Und das ist ganz wichtig, weil ich bringe auch mal Jauche über das aus. Also wenn ich Brennnesseljauche ausbringen will, dann mische ich den dann fast vor, hänge die Pumpe rein und schicke den über den Tropfschlauch dann auf das Bett, wo ich ihn haben will. Und dann ist auch wichtig im Jauche relativ viel Feststoffe noch drin, sage ich mal, Brennnesseljauche, Faserstücke und so. Und genau. Über das ganz simple Sieb-Filtersystem funktioniert das jetzt. Was früher nicht funktioniert hat. Und das ist sonst einfacher, den du immer wieder spülen kannst. Das heißt, du musst ihn nicht dauernd ausbauen, oder? Du kannst ihn da oben auch durchspülen, genau. Mit viel Druck. Wenn jetzt sehr verlegt ist der Filter, ist es besser, man holt ihn raus. Also man kriegt ihn wirklich sauber. Aber man kann zwischendurch einfach oben einfach durchblasen lassen. Das geht genauso. Du hast Gardena-Klicksysteme? Ja, ich habe ihn nicht umgestellt. Nicht GK. Passt. Ich habe ihn noch nicht umgestellt. Bis jetzt. Wir haben ganz klein begonnen. Da war das unser Zugang. Und ich habe bis jetzt noch keine Notwendigkeit gesehen, dass ich umstelle. Sie sind dicht. Solange man nicht jetzt absperrt und den Drucker Vollgas drauf lässt. Aber mein Bewässerungssystem ist noch sehr minimalistisch, sage ich mal. Das ist nicht gesagt, dass ich nicht irgendwann einmal da will investieren und das umstellen, einfach die ganze Bewässerung. Aber momentan, wir haben relativ viel Niederschlag auch und so, bin ich recht zufrieden. Simpel. Ich halte es ganz simpel. Kann nicht viel kaputt werden. Du brauchst nicht viel ersetzen. Es reichen eh schon die Bohrventile, die aufrehen im Winter immer und die Regner halten ja noch eine gewisse Zeit. Das ist halt alles günstiges Plastikzeug, sage ich mal. Also da ist es vielleicht schon gescheit, einmal investieren in einen guten. Es gibt so schöne, amazing Dinge oder so, aber es kommt vielleicht noch. Die Wobbler. Die Wobbler, ja. Was für ein Tunnel ist das? Das ist ein 8 Meter breiter und 14 Meter langer Folientunnel. Hinten habe ich Schiebetüre gemacht. Hauptsächlich für Tomaten ist der. Ein paar Gurken habe ich drin. Der ist relativ neu, steht erst im dritten Jahr jetzt da herunten. Das ist eine super Ergänzung zum zweiten. Also wir haben oben den ersten Folientunnel, das ist eben der zweite. Und gerade im Frühling mit der Jungpflanzenproduktion wird es dann eng. Wo pflanzt man die Sachen und wo schwere man die Jungpflanzen hin? Und dann kann man da ein bisschen rotieren, ja. Da hat man Ausweichmöglichkeiten. So ein normaler Rundtunnel hat den Auffall, dass man eben am Rand ein bisschen Laumbaufläche verliert, wo man nicht Kraut zubestellen kann. Also da sind die Krautseitenwände, die Häuser schon effektiver nutzbar. Wir sind die beide relativ günstig gebraucht. Unterkommend habe ich zurückschlagen. Also zum selber abbauen hat das ganze Ding 500 Euro gekostet. Kannst sagen, danke, nehme ich nicht. Ja. Folie drauf und ja. Deshalb auch die selbstgebauten Giebe. Ja, genau. Das war wirklich nur die Grundbögen mit der Längsverstrebung und sonst nichts. Aber kein Tor, keine Fenster, gar nichts. Ja, nimmt man. Nimmt man einfach. Ja, das ist eh immer wieder die Überlegung wegen der Überhitzung drin. Schattier nicht drüber, ziehen jetzt im Hochsommer oder doch eine Seitenlüftung oder irgendwelche Fenster reinschneiden. Aber ja, bis jetzt wollte ich die Folie nicht zerstören. Funktioniert erst kurz. Wie gesagt, es sind nur 14 Meter. Ja. Oder doch eine Breite von 8 Meter. Also da zieht es schon relativ gut durch. Umso länger das wird, glaube ich, umso schwieriger wird das dann schon. Ja. Kann schon zum Problem werden mit der Hitze auch.